Hi, ich bin Ben, bin Content Creator und auf den sozialen Medien unter dem Namen Investieren mit Ben unterwegs. Und als ich mich vor ein paar Jahren selbstständig gemacht hatte, gab es eine Sache, die echt nicht ganz so viel Spaß gemacht hat, das war die Buchhaltung. Mir wurde dann damals von einem bekannten LexOffice empfohlen und seitdem nutze ich das Programm auch und schreibe damit meine Rechnungen, ich mache damit meine Buchhaltung. Und was ich sehr cool finde, auf dem Dashboard sieht man immer direkt seine Einnahmen und Ausgaben und kann so ein bisschen das eigene Geschäft auch steuern. Inzwischen mache ich das Ganze auch gerne, weil es einfach super einfach ist und auch noch schnell geht. Ich mache damit meine Umsatzsteuervoranmeldung jeden Monat, kann Belege einfach abfotografieren und die Software erkennt die Bestandteile darin schon. Und auch für meine Einnahmenüberschussrechnung am Ende des Jahres brauche ich eigentlich LexOffice. Und genau deshalb freue ich mich als Endorser dabei zu sein und würde dir LexOffice jederzeit für deine Selbstständigkeit empfehlen.